Der Wasservogel ist am Wasser, seit wann wird jetzt ein bisschen nasser. Jetzt kommt der wichtige Moment, wo alt und jung schon lang drauf brennt. Du bist nach 181 Jahren der zweite, der gleich wird erfahren. Das Wasser, das ist feucht und koi, drum schnauft man ein, sonst wär's dir neu. Und werft's ein ein in Kanoi, der kann sie winden, wie er eu. Aber wenn's einem jetzt halt schon dort krausen, ein ihm im Wasservogel von Neuhausen.